Wir sind in einem Restaurant, dessen Namen wir nicht erwähnen, und wir essen hier Essen in Köln. Wie wechselt man denn hier die Kamera? Ich weiß nicht, wie man die Kamera wechselt. So, die sich so zeigt. So, jetzt sind wir in einem Hirschcafé, von dem wir nicht sagen, wie es heißt. Und hier gab es Essen, das war rassistisches Essen, das war ein Schokokuss, aber sie haben es anders genannt. Und da gab es irgendwie, was wie bei den amerikanischen Oma schmeckt, und ich habe Kaffee getrunken. Verschweige nicht deine Zitronenrolle. Achso, ja. Was? Was? Achso, ich muss immer selber mit drauf. Achso, ich muss immer stated. Vielen Dank.